Heißhunger vermeiden? So geht's! Gerade wenn wir erfolgreich abnehmen wollen, spielt uns der Heißhunger oft einen Streich. Und wir wissen alle, wenn eine Heißhungerattacke auftaucht, dann essen wir nicht die gesündesten Sachen. Der wichtigste Punkt, um Heißhungerattacken zu vermeiden, ist, achte auf deinen Blutzuckerspiegel. Denn jedes Mal, wenn dein Blutzucker in den Keller rast, genau dann kriegst du Heißhungerattacken. Und dann kommen die ungesunden Sachen da rein. Und das kannst du vermeiden, indem du deinen Blutzucker stabiler hältst. Der beste Tipp hierbei, achte auf Lebensmittel, die deinen Blutzucker schnell ansteigen lassen. Wie zum Beispiel Kohlenhydrate in Form von Brot oder Nudeln, aber auch zuckerhaltige Sachen, Fruchtsäfte und so weiter und so fort. Tatsächlich ist auch nicht jeder Körper gleich und es gibt Leute, die unterschiedlich auf bestimmte Lebensmittel reagieren. Der beste Trick für mich, wie ich meinen Blutzucker stabil halte, sind tatsächlich exogene Ketone. Und dass das tatsächlich funktioniert, das kannst du sogar in deinem Blut nachmessen. Wenn du also mehr Tipps zu dem stabilen Blutzucker brauchst, melde dich unbedingt bei mir. Nutze den Linktree oben in meinem Profil. Klick auf das WhatsApp-Zeichen und schick mir eine kurze Nachricht durch.